Ich glaube, es gibt niemanden hier, der nachfühlen könnte, was ich jetzt fühle. Zu sprechen in diesem wunderbaren Lecture Hall, ist irgendetwas fast Unmögliches. Ich habe Richter noch nicht gekannt und er ist in den ersten Vortrag, hat er hier gehalten. Vielen Dank. Ich denke, niemand kann wirklich vorstellen, was ich hier fühle, in diesem Lecture Hall, wo Viktor Frankl, at some point, started to lecture many years ago. Es war das, der Raum, wo er das erste Mal nach der Bescheidung die Konzentrationslager gesprochen hat und gegen die Kollektivschule gesprochen hat. Das war hier, in diesem Raum. Ich habe mich nicht gekannt, in 10 Jahren gehabt, wer Viktor Frankl ist. Und der Zufall, wo der Liebe Gott hat uns zusammengeführt. Und der Politik, ich glaube, die Story kennt man da. Es war diese Halle, wo Viktor Frankl, nachdem von den Konzentrationslager kamen, hat gesagt, ob oder gegen die Idee, der Collektiv... Guilt. Guilt, danke. And... Es... Maybe casual, or maybe destiny, or God. Ja, it could be God, or destiny, that actually brought us together at the point, when I was here listening to Viktor Frankl, I didn't know him. Als ich Victor getroffen habe, das erste Mal in der Politik, hatte ich keine Ahnung, wer Victor Francki ist, er hatte keine Ahnung, wer Ellie Spink ist, aber ich glaube, es war vom ersten Moment an eine große Liebe. Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas Menschenmöglich ist, aber anscheinend hat sich der liebe Gott etwas gedacht dabei, als er eine Christin und eine Juden zusammengeführt hat. Als ich ihn in der Polyklinik kennengelernt habe, hatte ich keine Ahnung, wer Viktor Frankl war, und Viktor hatte keine Ahnung, wer Ellie Schwind war. Ich hätte erwartet, dass aus dieser Ehe, aus dieser Bekanntschaft, eine wirklich, fast, wie es mit vielen Leuten gesagt haben, eine Jahrhundert-Ehe wurde. Irgendwie wurde es fast zu einer solchen großen Gemeinschaft. Ich wusste viel lernen, aber was ich gelernt habe, hat mich geprägt für mein ganzes Leben. Ich wurde der Mensch, der ich heute bin. Und solange ich lebe, werde ich dankbar sein dafür. Ich musste viel lernen. Und was ich gelernt habe, hat mich für mein ganzes Leben gebrochen. Und ich werde mich für mein ganzes Leben dankbar sein, was ich gelernt habe. Ich möchte nicht lange aufhalten mit meiner persönlichen Geschichte. Ich möchte nur sagen, dass es jeder Tag unsere Lehre war für beide für uns ein Geschenk. Ich möchte nicht lange aufhalten mit meiner persönlichen Geschichte. Aber was ich möchte sagen, ist, dass jeder Tag mein Leben für mich und für mein Leben war. Ich bin dankbar bei meiner Tochter, bei meinem Schwedensohn, die Enkelkinder. Die Urenkel hat er nicht mehr kennengelernt. Aber ohne die Familie wäre Viktor Frankl wahrscheinlich nicht. Der Viktor Frankl hätte er nicht bleiben können, der Viktor Frankl, der hier geblieben ist. Wir haben ihn sehr bereichert. Ich bin sehr dankbar bei meiner Tochter, meinem Sohn-in-Law, meinen Großvatern. Und die große Großvatern. Viktor Frankl hatte nicht die Möglichkeit, zu kennenlernen. Aber die Familie war sehr wichtig für ihn. Und ohne seine Familie, Viktor würde nicht die gleiche Person sein, wie er war. Ich könnte auch stundenlang hier stehen und erzählen über unser Leben. Es war ein interessantes Leben. Wir haben x-mal die Welt umkreist in allen Parteien. Es war hochinteressant. Aber das wissen zum Teil ja ohnehin die Leute. So möchte ich eigentlich abschließen das Ganze, denn sie sind nicht so interessiert daran. So lange ich webe, werde ich jeden Tag dankbar sein für dieses Leben. Von Beginn an geboren zu werden, als ein bettelarmes Kind, macht einen sehr reich und sehr stark. Und die Begegen mit Viktor, ich sehe es jetzt als ein Geschenk vom Himmel. Ich weiß, meine Liebe Gott, muss sich was gedacht haben, wer uns beide zusammengefährt hat. Ich könnte weitergehen und weitergehen, um über unsere Leben zu sprechen. Das war sehr, sehr interessant. Aber all ich möchte sagen, ist, dass es sehr interessant ist. Und wir haben über die Welt vertreibelt. Und viele Mal haben wir über die Welt vertreibelt. Und ich bin sehr dankbar für jeden Tag meiner Leben. Ich bin sehr dankbar für den Rest meiner Leben, für das Leben, die ich hatte. Wenn ich Ihnen als uralte Frau einen Rat geben darf, nützen Sie jede Minute Ihres Lebens. Man kommt nie wieder. Und man stirbt einfacher und gefasster und dankbarer, wenn man sagen kann, ich habe versucht, etwas Gutes zu tun in meinem Leben. Man macht ohnehin ununterbrochen Fehler. Aber man soll es versuchen. Ich habe es versucht zu versuchen. Ich weiß, es ist sicherlich daneben gegangen. Aber ich bin dankbar für das Leben. Und es gibt mir heute eine Gelegenheit, mich bei so vielen Menschen, dem ganzen Erdballen, danken zu sagen. Sie haben gereicht in unser Leben. Ich finde keine Worte dazu. Wenn ich, als eine sehr alte Frau, kann ich Ihnen eine Einworteinigung geben, ist es, dass es, dass es immer alle Moment gibt, und es immer alle Moment gibt, und es immer alle Moment gibt, um die besteheilung zu bringen. Ich habe versucht, das zu tun. Und ich kann nur noch einmal sagen, dass es sehr wichtig ist. Es ist wichtig, dass es immer alle Moment gibt, und es wichtig ist, und es wichtig ist, dass es zu den besten unserer Möglichkeiten gibt. Es bleibt eigentlich die Tür noch Ihnen eins, und die vielen Freunde, die wir sitzen, zu danken, die bottom of my heart. You have enriched both our life, victors in my life. And you see, mein hohem Alter, ich denke mit unendlicher Dankbarkeit, an mein Leben zurück. Und für mich war es, ein Glück und eine Ehre, als bettelarmes Kind aufgewachsen zu sein. Und für mich war es, dass ich sehr viele Menschen über die ganze Welt kenne. Und all dies, ich muss mich für Viktor Frankl Without Viktor Frankl, ich hätte niemals sein, wie ich jetzt bin. Und ich wünsche Ihnen allen den besten, und ich danke Ihnen, von der bottom of my heart, was Sie planen, zu tun, und zu halten, logotherapie alive. Ich kann nur sagen, danke Ihnen, und die besten zu all of Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ik bedanfetzen. Wenn eine kleine Menge Alsache auf demlichen Dank. Ich bedanfetzen. Ich bedanfetzen. Ich bedanfetzen. Ich bedanfetzen, Vielen Dank. In the American Society, for maybe frankly, in remembrance of the words that we have from, we say, for the warmth that accompanies the light. We hope that this will give you the warmth and accompaniment. Thank you.